Hallo ihr Lieben, ich spiele in Stürmen der Liebe eine Gastrolle, die Marita Maricelli und flirte auf Däube komm raus mit dem Werner und dem Alfons und verwirre die Köpfe der beiden sehr. Es macht irren Spaß und ich muss sagen, es ist ein hinreisendes, professionelles Team. Ich habe eine ganz große Hochachtung davor. Es ist nämlich eine heidnische Arbeit, wenn man jeden Tag eine ganze Folge dreht. Und ich bin mit ganz liebenswerten Darstellern zusammen. Ja, es ist eine vergnügliche Zeit. Danke dafür.